Das A und O beim Kinder- und Jugendcoaching ist das, dass wir die Kinder völlig, völlig unabhängig machen wollen von uns als Coach. Klar nehmen wir bildlich gesprochen das Kind für eine bestimmte Zeit an die Hand, zeigen ihm Tipps und Tricks, Methoden, Ansätze, wie es mit Blockadenproblemen umgehen kann, wie es in die Motivation kommt, wie es leichter lernt, wie es Selbstbewusstsein aufbaut, wie es auch bestimmte Ressourcen, Energie, Kraft fühlt, auch mal in die eigene Mitte findet, aber wir zeigen es dem Kind immer so, dass es das hinterher auch alleine kann, dass es mich als Coach hinterher gar nicht mehr braucht, dass es leicht lernen kann, dass es Blockaden alleine lösen kann und auch weiß, wie es motivierter durch den Tag geht. Und wenn Sie das auch interessiert, Sie sagen, Mensch, ich möchte das vielleicht auch können, ich möchte Kindern das zeigen, Jugendlichen das zeigen können, als Elternteil, als Kinder- und Jugendcoach oder in Ihrer Arbeit mit Kindern oder aus welchem Kontext heraus auch immer, dann lade ich Sie ein, wir rufen Sie gerne zurück, informieren Sie sich, schauen Sie sich hier auf der Webseite um, hinterlassen Sie einen Kommentar. Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen und wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank.